Hey, Internet und YouTube. Happy Wheels, Wheels. Das klang komisch. Okay, super impossible is super easy. Ich bin der Champion. Nun gut. Ich bin der Champion, sagte ich. Wow, 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 wartet, wartet. Haha, was sagt er jetzt? Gar nichts. Was habe ich mir gedacht? Ganz langsam, ganz langsam. Ganz langsam. Nein, 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 easy, easy, easy. Verdammt. Jetzt hätten wir beide nur drauf gewartet. Okay, Moment. Victory. Ich war doch schon so gut wie im Ziel. Theoretisch. Praktisch. Und. Es war der Vorwärtshalter. Ganz klare Sache. Who is the man? Ich sollte jetzt aufhören. Mehr Victories werde ich nicht zusammenbekommen. Don't move and kill all them. Okay. Geh weg von mir, okay? Danke. Oh, ganz langsam. Oh, sorry. Ja, genau. Auf mich drauf, drauf. Das war das zweite Victory. Was ist besser? Das ist ein Schwert oder sie? McDonald's Happy Meal. Da kann nur Miss Candy mithalten. Die geheimen Geschäftspraktiken von McDonald's. Moment, kann ich jetzt verklagt werden, wenn ihr das seht? Schon mal den Knochen gefunden im Burger? Dann wisst ihr ja, von wem es kommt. Und wie es gemacht wird. Man lernt nie aus. Toilet Run. Okay. Und let's go. Sieht aus wie E.T. Nach Hause telefonieren. Wie er da zum Hund. Okay. Auch E.T. musste wahrscheinlich nur aufs... Klo. Matschhardt. Matschhardt. Easy. Für das Liebespärchen. Easy going. Oh, ist das süß. Süß. Geht's dir noch gut? Nein, dann nicht zurück. Nicht zurück. Siehst du? Diesmal ist es nicht so schlimm, Baby. Ich hab gelogen. Und sie, ich dachte schon, das wird ein romantischer Ausflug. Diesmal aber wirklich. Pass auf. War das dein Kopf oder war das das Geräusch vom Motorrad? Klang beides so hohl. Wartet. Ich meine, es tut mir leid. So war das nicht gemeint. Oh Gott. Oh Gott. Oh. Wir leben. Wir leben. Aber wir kommen hier nicht mehr hoch, richtig? Boing. Boing. Okay. Okay, wir kommen hier nicht. Gut. Das war nicht wie geplant. Wartet. Oder ich dachte, die Dinge würden mir hier wehtun. Aber ist okay. Okay. Oh shit. Vorsicht. Ja. Komm. 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 Go. 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 I did it. Oh, nicht. Nein. No, 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 no. Da, wo, da, ja. Nichts sicher. Zombie-Apokalypse kennen wir, oder? Winter-Demo. Wahrscheinlich heißen die wir gleich. Merry Christmas. Winter-Demo. Genau. Mit einem Fahrrad im Winter. Eine hervorragende Idee. Haben wir die Spikes drauf. Die Winterreifen fürs Fahrrad. Was ich? Genau. Wer mit Schneeballen wirft. Nun, ich hab gewonnen. Das ist alles, was zählt. Trap? Klingt gut. Ähm. Easy. Ich leb noch. Ich schlafe noch. Wartet. Das ist der Vorwärts-Halter. Moment, ich leb noch immer. Nein, nicht. Das war doch der letzte. Okay, die zwei hier vorne. Oh, nein, nein, nein. Oh, mein Gott. Warum muss ich ja auch... Oh, mein Gott. Okay, warte. Nein, da, du Kumpa. Das war wie König der Löw. Katoomba. Oder wie er hieß, hä? Es ist der Vorwärts-Halter. Ich weiß, das Geheimnis von Neppy-Wilz. Das... Dach vorwärts-Halter. Haha, ausgetrickst. Oh Gott, nein. Ich kann... Ich muss es schaffen, wenn es hier noch stunden darf. Ja, jetzt brauchst du dir über deinen Fuß keine Gedanken machen, mein Freund. Das ist doch unmöglich. Das ist unmöglich. Ich hab das voll heraußen. Okay, die gingen daneben. Ich hab sie ausgetrickt. Kein Problem. Okay, die... Ah, sie warten nach... Ah, nein. Oh, was? Das war nur ein Streifschuss. Ach, verdammt. Wenn ich wollte, dann würde ich noch wollen. Aber ich will jetzt nicht mehr wollen. Deswegen spiel ich jetzt... Das hier. Mit Miss Candy. Schläft ein, bevor es losgeht. What the hell is coming on? What this... Okay, wartet. Ich glaube, es liegt einfach an ihr. So leid ist mir tot, aber... Ja. Das ist doch genau meine Spezialität. Ich hab ihn nicht einmal... Ich hab... Hey, ich hab ihn nicht aufgespießt. Yes, hauptsache das Kind. Ich meinte damit. Yes. Oh, jetzt hat der Klaus. Oh Gott. Ah, sie setzt sich hin. Noch einmal. Oh, 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 oh. Oh, oh. Au. Verdammt, das ging doch gerade ganz gut los. Schon wieder das Kind als erstes. Vorsicht. Vorsicht. Oh, sexy. Nein, nein. Au. Ich hab doch noch zwei Hände. Okay, wartet. Perfekt. Komm her, Santa. Nimm ihn mit. Yes. Mit Explosions. Hallo? Was ist das? Was ist hier los? Greif nach hinten. Und schleudere es. Okay, den da oben würde ich wollen nicht erwischen, aber hey. Wir sollten hoffen, wenn's am schönsten ist. Easy. Hier bin ich Spezialist. Hier bin ich absoluter Profi. Ja, Moment. Mit Salto. Descent. Getting better. Yes. Kennen wir das nicht? Sieht alles gleich aus. Jesus. Das war jetzt wirklich. Mach. Nen Salto, mein Freund. Ja, zurück. Zurück, weil uns das viel zu einfach ist, wenn wir einfach nach vorne gehen. Mit zurück hat niemand gerechnet. Könntest du? Könntest du? Könntest du? Okay, hier ist eindeutig ein Bug. Hier ist eindeutig ein Bug. Ich schaff das jetzt noch. Ein Victory ist noch drin. Ein Victory ist drin. Ein Victory ist drin, baby. I know I can do it. We can do it. Internets. Internets. Das sah nicht gesund aus, aber ich bin durch. Okay. Genau so müssen wir was zum Denker. Okay, Moment. Genau. Wir spielen seine Schlange, mein Freund. Das war keine Schlange. Na komm schon. Oh mein Gott, mein Hintern ist zu dick. Mein Hintern ist... Plupp. Tididä. Danke fürs Zusehen. Und wir sehen uns im nächsten Part. Wenn es wieder heißt, auch Blut muss sein mit Splatter. und Spaß und Gedämmen. Danke fürs Zusehen. Macht's gut und Tschüss. Tidämmen ist. Malen, Herr Ryd,saal? Vielen Dank.